Hallo und herzlich willkommen hier bei Paracelsus. Schön, dass Sie bei meinem Sonderseminar reingeklickt haben mit dem Thema Schnelle Hilfe für Rücken, Nacken und Schulter. Mein Name ist Robert Martin Seifert. Ich bin Dozent bei Paracelsus und werde Ihnen jetzt dieses interessante Seminar vorstellen. Schnelle Hilfe für Rücken, Nacken und Schulter ist nicht nur ein interessantes Seminar, sondern ist auch sehr von Nützen für den Profi, für den Heilpraktiker, für den Physiotherapeuten. Denn ein Großteil des Krankenstandes in Deutschland resultiert aus Verspannungen in Rücken, Nacken und Schulter. Und im Rahmen dieses Seminars werden Sie erlernen, auf einfache Art und Weise die schlimmsten, die bekanntesten Symptome zu lindern, Rückenschmerzen effektiv zu bekämpfen. In meinem Seminar erlernen Sie nicht nur die wichtigsten Griffe aus der klassischen Massage, sondern auch noch erweitert einige naturheilkundliche Techniken, manualtherapeutische Kniffe und Tricks und natürlich wie immer auch jede Menge Interessantes und Wissenswertes zum Thema Verkauf, Marketing, Hygiene und Materialkunde. Es handelt sich bei diesem Seminar um ein reines Praxisseminar. Das heißt, wir werden den ganzen Tag ausschließlich praktisch üben und uns das Wissen erarbeiten. Geeignet natürlich wie immer für jeden, der Interesse hat, manuell arbeiten zu lernen. Und es muss nicht nur für den Profi sein, für den therapeutischen Einsatz, sondern natürlich auch der interessierte Laie, der im Freundes- und Verwandtenkreis gerne Gutes tun möchte, ist herzlich dazu eingeladen, an diesem Seminar teilzunehmen. Ja und natürlich etwas Wissenswertes auch zu meiner Person. Ich bin staatlich geprüfter Masseur mit eigener Praxis. Ich mache seit Jahren Firmenbetreuung, Patienten, Kanzleien, Hausbesuche, biete Seminare an, arbeite auf Messen und kann Ihnen eine ganze Menge aus meinem Erfahrungsschatz weitergeben. Kniffe und Tricks aus der Praxis. Fehler, die ich gemacht hatte, sollen Ihnen natürlich nicht passieren. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen hier bei Paracelsus zu meinem Seminar Schnellhilfe für Rücken, Nacken und Schulter.